Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich für euch eine spannende Dividendenaktie dabei mit über 4% Dividendenrendite und das Ganze schon sehr, sehr konstant. Ich habe heute einen Dividendenaristokraten für euch dabei, sprich eine Aktie oder ein Unternehmen, was hier über 25 Jahre und länger bereits die Dividende steigert. Seid gespannt, um welchen Titel der Dividendenaristokraten es heute geht. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein, schauen uns die wichtigsten Kernzahlen, Kennzahlen an, gehen auf den Qualitätscheck und natürlich auch auf den Dividendencheck ein. Und da würde ich sagen, wir legen jetzt mal direkt los. Ja, und ich habe für euch heute die Aktie von T-Row Price für euch dabei. Ich denke, T-Row Price ist für die meisten ein Begriff. Sie sind ja ein US-amerikanischer Finanzdienstleister, man kann auch sagen Vermögensverwaltungsunternehmen und sie sind eine der führenden Anbieter von Investmentfonds. Und genau das Anlageprodukt, das richtigt sich so primär an Privatanleger und auch an Pensionskassen von Unternehmen. Das ist mal so, was angeboten wird. Sie bieten hier auch Institutionen die separate Verwaltung von Investmentportfolios an. Das heißt, man kann hier wirklich kurz und knapp sagen Finanzdienstleister, der einfach auch schon einen riesen Bekanntheitsgrad hat. Wir gehen also auf die wichtigsten Kerndaten ein, schauen uns auch gleich den Chart an. Wir stehen aktuell bei 104,50 Euro, wir haben eine Marktkapitalisierung von über 23,4 Milliarden Euro, aktuell eben eine Dividendenrendite von 4,18 Prozent, die aber schon über mehr als 25 Jahre gesteigert wird. Das heißt, wir haben hier eben einen Dividendenaristokraten, also einen sehr, sehr zuverlässigen Dividendenzahler, das werden wir nachher auch im Dividendencheck sehen. Wir haben ein Vorwartkursgewinnverhältnis für dieses Jahr von 15,4 und Gewinn pro Aktie von 6,98 Euro geplant. So und jetzt springen wir mal direkt hier auf den Chart gemeinsam über und schauen uns da mal die, ja, ich sag mal so die Chartbewegungen an der letzten Monate und auch Jahre, um das Ganze einfach mal anzuschauen, wie hier der Verlauf war und da springen wir jetzt zuerst mal auf den Wochenchart. Wir sehen, wöchentlich ging es hier leicht bergab auf jetzt eben 104,50 Euro und wenn wir uns das Ganze jetzt eben mal im Jahreschart zusammen anschauen, dann sehen wir, dass wir leicht steigen konnten. Wir haben keine großen Schwankungen dabei. Wir hatten das absolute Tief hier bei 83 Euro und kommen hier von ca. 102 Euro her. Das heißt, ganz, ganz kleine Kurssteigerung zu einem Jahr gesehen und wenn wir uns jetzt mal den Fünfjahreschart anschauen, dann sehen wir auch, dass wir sehr, sehr beständig sind. Wir hatten hier einen Hochkurs von 193,40 Euro. Das war hier während der Pandemiezeit, grob kann man sagen. Und genau, Tiro Price hält hier eben die Dividende auch weiterhin stabil und wir schauen uns das Ganze jetzt mal in den Kennzahlen an. Ja, einfach auch wichtig, dass man, glaube ich, für Krisenzeiten auch eine Aktie und ein Unternehmen hat, was eine stabile Dividende zahlt und das sehen wir hier auch. Also der Gewinn pro Aktie, der soll stabil bleiben, sogar jetzt über die nächsten Jahre wieder weiter anwachsen. Dieses Jahr so eine Plus-Minus-Null-Runde, aber die Dividende, die soll hier eben weiter leicht angehoben werden. Wir sehen es, man möchte natürlich auch den Titel des Dividenden-Aristokraten nicht verlieren. Und ganz, ganz wichtig ist auch, die Dividende ist hier durch den Gewinn sehr, sehr gut gedeckt. Wir haben für dieses Jahr eben planmäßig 6,98 Euro Gewinn, der Dividende von 4,50 Euro. Somit eine Ausschüttungsquote, die uns noch ein bisschen Potenzial für weitere Anhebungen gibt. Und somit soll die Dividende dann auch natürlich weiter anwachsen. Wenn ihr persönlich natürlich zu anderen oder günstigeren Kursen eingestiegen seid, dann ist eure persönliche Dividendenrendite sogar etwas höher. Der Umsatz, der konnte ungefähr gehalten werden im letzten Jahr, auch bei 6,46 Milliarden US-Dollar. Also das heißt, da zum Vorjahr ganz okay. Was hier sehr, sehr stark ist, muss man sagen, bei T-Row Price, und das ist auch so eben dieses Thema in Krisenzeiten sehr, sehr gut zu sein, ist die Eigenkapitalquote. Die liegt hier bei fast 89 Prozent. Das heißt, man hat hier ein richtig, richtig starkes Eigenkapital im Hintergrund und nur einen Verschuldungsgrad von lediglich 12 Prozent. Und das spricht natürlich fürs Unternehmen, kann man ganz klar sagen. Das bringt einen auch durch Krisenzeiten durch. Und wenn wir uns auch die Margen anschauen, dann sind die sehr, sehr stark. Die Eigenkapitalrendite hier eben auch bei 15,7, die EBITDA-Marge bei 44,5 und auch die Gesamtkapitalrendite bei 14. Also alles Werte, die hier sehr, sehr stark sind. Und das schauen wir uns jetzt dann auch eben zusammen im Qualitäts- und Dividendencheck zusammen an. Und der Qualitätscheck sagt 10 von 15 Punkten. Wir haben hier eben nicht mehr so ganz das Umsatzwachstum, deswegen fehlen uns hier die Punkte in Wachstum und Stabilität. Wir haben es auch gerade gesehen, wir fahren eher so auf Pari, also auf Null. Sind natürlich auch kein klassisches Wachstumsunternehmen mehr, aber wo man einfach ganz klar abräumt. Und das ist für mich positiv zu sehen, ist das Thema Profitabilität und Rentabilität. Hier haben wir drei von drei Punkten. Die Eigenkapitalrendite sehr stark, die Nettogewinnmarge auch mega gut und auch die Rendite auf das eingesetzte Kapital. Wir haben ja auch eine sehr geringe Volatilität, eine leichte Plus-Performance pro Jahr und die Finanzverschuldung hier mit 2,51%. Also Thema Sicherheit und Bilanz mega, mega stark und deswegen 10 von 15 Qualitätspunkten. Die einzigen Punkte, die wir eigentlich verlieren, ist wirklich im Thema Umsatzwachstum. Und jetzt schauen wir uns eben den Dividendencheck an und der schaut natürlich sehr, sehr stark aus. Wir haben hier einen Dividendencheck, 13 von 15 Punkten. Wir haben im Durchschnitt auf die letzten drei Jahre über 4% Dividende gehabt und erwartet jetzt eben auch knapp über 4%. Wir haben eine Kontinuität sogar von 35 Jahren, das heißt wirklich Steigerungsraten über mehr als drei Jahrzehnte kann man sagen und eine Dividendenstätigkeit von 100%. Also hier ein mehr als zuverlässiger Dividendenzahler. Und über die letzten zehn Jahre konnten wir im Schnitt mit 12% Dividende wachsen pro Jahr und auch in den letzten fünf Jahren auch knapp die 12% Marke. Das heißt auch hier kann man von weiteren Steigerungen ausgehen und wir haben uns ja auch die Ausschüttungsquote angeschaut. Wir sehen es hier bei so knapp um die 60, 62% und haben somit wirklich weiter Potenzial die Dividende anzuheben. Finanzverschuldung sehr positiv. Wie gesagt auch hier eigentlich der einzigste Punkt, Thema Stabilität im Umsatzwachstum. Aber wir haben hier einfach ein Unternehmen, was aktuell schon attraktiver bewertet ist, kann man sagen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,7. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist schon hoch mit 3,9. Liegt einfach jetzt eher an den beständigen und nicht mehr so steigenden Umsätzen. Aber wir sind auf jeden Fall okay bewertet, kann man sagen. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr T-Row-Price in eurem Depot habt. Würde mich brennend interessieren. Und wenn euch mein Video und mein Kanal gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da. Drückt die Glocke, um hier kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gemeinsam beim nächsten Video. Ciao!